Willkommen hier wieder zurück zu Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. So, wir müssen noch ein paar Minuten warten, bis die wieder aufhaben, beziehungsweise haben die heute überhaupt auf. Ja, haben sie. Okay. Dann sollten sie ja jetzt an Platz und Stelle stehen. Hey, was brauchst du bauen? Ich brauche mehr Holz. Ich brauche noch Gold. Ein guter Stall. Okay. Muss ich das Material schuppen? Ne, nehmen wir den guten Stall. Sieben Tage. Ihr wollt den Viechstall ausbauen? Dann können wir gleich morgen loslegen. Und was soll ich mit all meinen Tieren machen, während du arbeitest? Lass sie einfach stehen. Ich arbeite einfach um sie herum. Bis morgen. Wenn ich arbeite, kann ich nichts anderes bauen. Voll auf den Job konzentriert. Halt das den Hinterkopf. Also, wir sehen uns, wenn die Arbeit fertig ist. Okay. Also, sie arbeitet um die Tiere herum. Gut, wahrscheinlich geht mir jetzt gerade ein bisschen Geld flirten, weil ich ja eigentlich noch was anderes hier aufbessern wollte. Aber solange ich keinen Rubin gefunden habe, hilft mir das halt am ehesten. Größerer Viechstall gleich. Mehr Platz für Tiere. Wobei ich den Platz wahrscheinlich eh habe. Ein Geschenk. Danke, Nobita. Oh, Hallo Pip. Hatte ich mit dir schon gesprochen? Ja. Macht es dann Sinn, in die Mine zu gehen? Ich glaube erst mal ja. 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 Hallo, Ivo. Schut, 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 schut. Ach ja, Gold, um das Haus zu vergrößern. Haben wir hier noch was? Ja. Schachtelheim nehmen wir immer. Ah, da ist noch einer. Ja, ist ja jetzt abgebrochen. Egal. Ah, die Blume lohnt sich jetzt nichts wollen. So, dann versuchen wir jetzt so schnell wie möglich nach unten zu kommen. Wenn ich mit Kupfer verkaufen jedenfalls gut Geld verdienen würde, ne? Hatte ich schon mit Ghidorah gesprochen? Wenn hier auch alle spezielle Fähigkeiten hätten, wäre geil. Also in Form von Ghidorah ist besser für... Ich sag jetzt mal, äh, Herzabbau oder sowas. Ich denke jetzt mal nicht, dass der Eingang unter einem der Grauen sein wird. Aber Doraemon muss natürlich draufhauen. Und dann war da nur ein Stein drunter. Möchte ich nur mal ganz kurz anmischen. Hab ich wieder so... Ah, da. Mich würde jetzt mal was interessieren. Wenn ich... ...ganz tief runtergehe. Und mich dann schlafen lege. Das dann funktioniert. Das dann funktioniert. Ich muss mal ein bisschen müde werden. Sanfossil ist auch gut. Ach, Mann. So. So, so. Okay. So, jetzt machen wir folgendes. Wir gehen jetzt nochmal hoch. Legen uns draußen schlafen. Und gehen dann nochmal raus. Nein, nicht Amadeus rufen. Bis... Ja, 18 Uhr kann man schlafen. Ich hoffe, Amadeus kam jetzt nicht angerannt. Nein, das geht nicht. Ach, ich... Halt, ich bin Mine U3. Okay, das geht doch. Ich komme nur nicht auf die Zwischenebene. Das ist ja geil. Uh, das ist ein Game Changer. Das ist ein extremer Game Changer. Das heißt, ich könnte also rein theoretisch mich bis nach unten arbeiten und dann was essen gehen und... Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Ich muss gar nicht so doll drauf bauen. Gold. Gold ist das, was ich brauche. Nimm dem Holz. Und hier haben wir die schwarzen Steine. Und Kupfer rausbekommen. Super. Super, Norbita. Die hätten da wirklich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen können, was diese ganzen Sachen angeht, ne? Die Pferde muss jetzt Stopp machen. Ich hoffe jetzt mal, dass, äh, mein Pferd nicht hier ist. Jetzt muss ich extra nach dem Pferd gucken, ne? Ich gucke bei mir zu Hause nach dem Pferden Ruf ist dann. Ich glaube, dass noch mehr sind, statt das Pferd jetzt da in der Ecke da zu suchen. Ja, und das Nordschachtelheim. So, ihr Lieben, rein. Rein mit euch. Nein. Auch rein. So, den Pferden bringen wir auch rein. Jep. Perfekt. Und das Alpaka bringen wir auch noch rein. Komm, und rein. Komm, 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 danke. Ah, okay, ist noch da. Oh, Glück gehabt. So, Gold habe ich jetzt, äh, immer noch zu wenig. Okay. 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 Ja, dann kann ich ihn fast so gut verkaufen. Okay. Ah, verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, dann kann ich jetzt noch einen Pudding machen. Alle hier am Arbeiten oder am Lesen oder wie auch immer. Ich brauche irgendwann mal ein bisschen an Schneebesen, glaube ich. Okay. 340 bringt so einer. Ich müsste echt nochmal gucken, was mir so ein Ei bringt und, äh, so eine Milch. Aber jetzt erstmal schlafen. Wow, meine Einnahmen waren so exorbitant hoch. Ich werde jetzt mal hier eine Weltreise machen. Eine Weltreise. Ja, aber ich kann jetzt besser in der Mine das Ganze handhaben. Und Doraemon nehmen wir auch noch wieder mit. So. Schauen wir mal, wen wir hier unten haben. Oh, Luana. Blumis. Dann können wir jetzt draußen schauen, wer draußen da ist. Kann ich die eigentlich auch schrubben? Hatt ich, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Nämlich nicht, okay. Ah, du, Miss. Äh, nein, das war das Falsche, was ich dir geben wollte, aber ist in Ordnung. Geh zu deinem Haus. In meinem Haus oder zu meinem Haus? Also in meinem Haus, okay. Geh zu dem Mumu-Weg. Oh, da gibt es hier wieder ein paar Events, die hier passieren werden. Einmal hier bürsten. Bürsten und bürsten. Und jetzt brauchen wir die Sachen für mich, damit wir Gertrud ein bisschen hier, ne? Wunderbar. Wunderbar. Äh, nein. Ähm... Tiere. Oh, Gertrud ist endlich auf anderthalb hochgerutscht. Jawohl, das, das möchte ich sehen. Da, wie lange gebrauchen wir den Pilaf und so weiter, bis die mal ein bisschen besser sind, ey. Wow. So, und... Wunderbar, ist das auch erledigt? Okay, dann gehen wir jetzt zu meinem Haus. Weil, irgendwas soll ja da passieren. Mit Pip angefreundet. Mit Ivo fehlt mir noch. Okay, warte mal, Pip. Pip und Ivo. Also, ein Herz fehlt mir noch. Okay. Er ist schon bei der Zitterspitze, so schnell ist der. Wirst er hier irgendwo sein? Händt ihr denn hier rum? Äh... Ich bin blind. Definitiv bin ich blind. Er soll hier irgendwo sein. Oh, das ist ein Schachtelhalm. Ja, wenn man ihn da hinter dem... ...versteckt, dann ist kein Wunder. Mann. So, dann gehen wir mal in mein Haus und erleben das Event des Jahres. Ist Ivo hier? Äh, gerade nicht. Er ist sicher wieder alleine im Wald unterwegs. Ich mag es ja... ...da draußen nicht. Ich warte drin. Warum suchst du ihn? Ich habe einen Brief für ihn. Überraschend, dass ihm jemand schreibt, ha? Ich meine, er hat neben unserem Haus sein Zelt aufgestellt und verbringt seine Zeit mit Anstarren von Pflanzen. Ich denke nicht, dass er viele Freunde hat. Es stimmt schon, dass er nicht viele Bekannte hat, aber das war schon gemein von dir. Ivo ist etwas seltsam, aber ich mag ihn. Wir werden bestimmt Freunde. Das freut mich zu hören. Ich mag dich auch, Nobita. Ivo. Wir kommen zurück. Also, wie kommst du zu dieser plötzlichen Sympathiebegründung? Zuneo sagte das. Sei ruhig, Nobita. Das muss er nicht wissen. Hm? Was denn? Nichts. Überhaupt nichts. Wie auch immer. Ich habe eine Lieferung für dich. Bitteschön. Oh, das ist ein Brief meiner Mutter. Deiner Mutter? Woher weiß sie, dass du hierher gezogen bist? Ich habe ihr einen Brief geschrieben und alles erklärt. Wir schreiben uns regelmäßig. Das hätte ich nicht erwartet. Warum denn? Ivo bleibt gern für sich, oder? Er wirkt nicht wie der Typ der Briefe. Nicht einmal für seine Mutter. Es ist nicht richtig auf diese Weise, über jemanden zu urteilen. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich, warum du so über mich denkst. Magst du deine Mama, Ivo? Natürlich, ich respektiere sie. Sie ist mein Vorbild. Sie ist dein Vorbild? Sie ist Botanikerin. Diejenige, die mir die Wunder der Pflanzenwelt vermittelt hat. Sie hat mir alles über ihre Lieblingspflanzen beigebracht. Und manchmal reisen wir, um seltene Pflanzen an entlegenen Orten zu studieren. Als einmal ein Baum in unserem Garten krank wurde, fanden wir gemeinsam die Ursache des Übels. Wow, ihr seid echt toll, deine Mama und du. Ja, meine Mutter ist eine tolle Frau. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch ein angesehener Botaniker sein werde. Deshalb reise ich umher und versuche, mein Wissen über die Pflanzen der Welt zu erweitern. Hm. Außerdem liegt es einfach, meiner Natur alleine dorthin zu reisen, wohin mich die Fünde treiben. Es ist klasse, dass du ein Ziel hast, auf das du hinarbeitest. Eines Tages schaffst du es, das habe ich im Gefühl. Hier alles scheint auch hart zu arbeiten, während ihr nicht bei euren Eltern seid, oder? Wir sind aber nur aus Versehen hier gelandet. Ja, ich habe meine Mutter nicht verlassen, weil ich es wollte. Mama. So, Neo. Aber du wolltest deine Mutter verlassen und alleine losziehen. Muss schön sein, sich das auszusuchen. Wir dagegen sitzen hier fest, obwohl wir nichts lieber wollen, als nach Hause zurückzukehren. Verstehe, tut mir leid, wenn ich unsensibel war. Hm. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ihr alle selbst euren Lebensunterhalt bestreitet. Ich finde das höchst lobenswert. Hm. Du hast deine Mutter im Stich gelassen. Von dir brauche ich kein Lob. Ich bin nun mal gern allein. Ich lebe auf meine Art. Ihr auf die eure. Ist das nicht akzeptabel? Und es ist offensichtlich, wie sehr du deine Mutter liebst. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Hä? Jetzt muss ich den Brief von meiner Mutter beantworten. Ich denke, ich mache auch wieder mich an die Arbeit. Hast du Hilfe, Nobita? Ja, danke. Was ist los so, Neo? Ich hatte nicht erwartet, dass er etwas Nettes zu mir sagt. Das hat mich überrascht. Wirklich? Ja, weißt du, auch wenn Evo etwas seltsam ist, ist ja gar nicht so übel. Es ist klar, dass er Größe anerkennt, wenn er sie sieht. Ich glaube, ich fange an, ihn zu mögen. Du bist vielleicht ein Schwätzer. Okay, damit ist es erledigt. Mutter und Sinne erfüllt. Ja. Ja. Achso, Pip finde ich, genau. Das ist ja Pip, was noch fehlt, ne? Hatte ich jetzt die... Na, Rezept, hatte ich jetzt schon Milch und Eier und sowas geholt? Oh, eine Teilbar-Milch. Hm. Vielleicht hat der Pudding dann auch endlich mal einen Ein-Sterne-Pudding? Ja, ein Ein-Sterne-Pudding. Hört aber trotzdem gleichmäßig die Ausdauer. Schade. Wäre zu schön gewesen, wenn das mehr Ausdauer erhöht hätte, oder? Nun gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohot Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Musik